Ja, hallo, ich bin Martin von D20 Sounds und ich möchte euch heute gerne vom Community Song berichten Come to Care More Ham Ja, es trudeln die ersten Tracks ein, ein paar kamen auch schon früher Ich habe tolle Stimmen bekommen von Mariano und von Sophia und ich habe eine Flöte bekommen, die ich mir wirklich sehr gewünscht habe Ist zwar nicht mein Lieblingsinstrument, aber es passt total gut in den Song rein Ich habe Drehleier bekommen, ich habe viele Gitarren selbst gespielt und die nächsten Tage kommt auch noch ein bisschen Percussion auf mich zu Da freue ich schon und wenn wir ganz viel Glück haben, drückt bitte die Daumen bekomme ich sogar noch ein paar Pipes, Julian Pipes, also sowas wie Dudelsack wobei mich jetzt wahrscheinlich die Piper sofort steinigen werden Es ist ein Instrument, was in der Anlage ähnlich ist, aber natürlich sind die beiden Instrumente sehr selbstständig zu betrachten Ja, ich sitze gerade vor meinem Motor, deswegen ist der auch an Rechts und links sind meine Gitarren und Mikrofone und sowas Bin ganz fleißig, ich habe heute schon den ganzen Tag drangesessen und es hat einen riesigen Spaß gemacht, das alles so zusammenzubringen Und das ist ja überhaupt die schöne Aufgabe, auf die ich mich sehr gefreut habe, wie ich das alles zusammenbringe Dass ich auswähle, wer jetzt im Refrain singt, wer im Chor ist, dass ich auch entscheiden muss, was passt am besten zum Stück Das sind so Überlegungen, die sind sehr spannend und es kann auch komplett den Charakter verändern Heute war ein guter Freund da von mir, der wirklich auch ein sehr guter Tontechniker ist und Produzent Und wir haben ja über die Aufnahme gesprochen, ich habe noch ein paar super gute Tipps bekommen Die Strophe ist etwas kleiner geworden, der Refrain bleibt weiterhin fett Ihr merkt, ich komme in Schwärmen, es macht einen Riesenspaß, die Sachen gerade zu machen Und wenn am 17.12. um 20 Uhr die Premiere ist, schaut doch einfach mal vorbei Und bis dahin danke ich allen, die das unterstützt haben bisher Die Musik gemacht haben oder das gepostet haben, die geholfen haben, das zu bekannt zu machen Vielen Dank, dass ihr das unterstützt und natürlich freue ich mich nicht nur auf den Song Sondern ich freue mich dann auch auf die erste Folge der Staffel von The Witcher Staffel 2 Bis dahin, macht's gut, euer Martin, ciao